Willkommen auf der Saar Talks. Heute habe ich das dritte und letzte Wölm von Talentless Nana für euch. Ja, das zweite Wölm habe ich mir mittlerweile auch schon angeguckt und es endet wieder in einem Cliffhanger. Aber zum Glück ist jetzt doch... zwei Wochen habe ich jetzt quasi noch gewartet. Beziehungsweise ist es ja jetzt der erste Schienen. Das heißt, zwei Wochen musste ich warten. Und ja, jetzt kann ich mal endlich angucken, wie das Ganze ausgeht. Ist doch so recht unterhaltsam. Jetzt nicht so krass das, was ich unter dem Namen vorher erwartet hätte. Bei dem, was ich im letzten Kommentar so gesehen habe, in dem Sinne, wurde ich da nicht so drülle gespoilert. Ja, ähm... Talentless Nana, das letzte Wölm erstmal. Hier sind mit dabei zwei Artcards, ein Booklet, japanischer Opening- und Endingsong, Mini-Clips, TV-Spots und Promotion-Videos, dann noch Trailer und eine Bildgalerie. Das Ganze kommt im Bildformat 16109 Full HD. Ton ist im Deutschen 5.1, im Japanischen 2.0. Das Ganze geht 118 Minuten und hat zusätzlich noch deutsche Untertitel für die... Homo-Verfechter unter euch. Das sieht man recht leicht abbiebeln, aber muss mal gucken. Oh, hier geht es auch durchsicht einfach ab. Da haben sie wieder den guten verwendet. Aber das mache ich dann auch. Dann haben wir hier noch die Rückseite mit ein paar weiteren Schul-Kameraden von der guten Nana. Äh, der FSK-Flatsch von vorne ist aufgeklebt und ich finde dieses pink-schwarze Design echt cool. Dann haben wir hier das Innover. Mit der Disk dahinter. Wahrscheinlich nochmal der Sein-Titel plus Halt und 4-Fahr-Nicht. Dann haben wir hier die zwei Art-Cords. Einmal in bunt und einmal in... Nicht so bunt, mit zwei weniger Charakteren. Ach, die zweite... Äh, so. Die hier fehlt. Und dann haben wir zu guter Letzt noch das Booklet. Wo wir ganz kurz reingucken. So, kommen wir durchblühen. Charakter. Noch mehr Charakter. Ein paar Art-Boards mit dabei. So, noch. Ending-Story-Board und Mini-Anime-Art-Board. Ja, dann, falls ihr euch das gute Stück sichern wollt, packe ich euch mal einen Link in die Videobeschreibung. Jetzt wird natürlich meine Nase ein bisschen anzukribbeln, deswegen mache ich jetzt ein kleines bisschen schneller. Wir gucken noch fix, ob das alles schön hier reinpasst. Und das tut es. Damit ist dann auch die Box gefüllt. Und dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schaut gerne bei den Linken in der Videobeschreibung vorbei und ciao.